hallo ganz herzlich willkommen auf meinem kanal ich habe einen cosmetic for less haul für euch jetzt ich bin eigentlich auf einem sozusagen ich überlege was ich kaufe bei aber ich habe auch gesagt dass wenn ich praktisch eine geile rabattaktion sehe dass ich auf jeden fall zuschlagen werde ich habe mir super coole items auch für meine 1000 abonnenten verlosung die mittlerweile schon bei 200 abonnenten weiter gewandert ist da danke ich euch von herzen für ich bin so dankbar dafür ich habe einige items auch für euch mitgenommen ich warte jetzt momentan noch auf einen revolution beauty hall ich habe die neue foundation bestellt ich habe auch die noch ein paar andere items die tammy paradise kollektion dann habe ich die emily noel once palette zum beispiel gekauft und wenn ihr sehen wollt was in diesem neuen cosmetic for lesser für euch dabei ist dann schaltet auf jeden fall nicht ab und vor allen dingen besucht auch meine gerne die online seite die haben wirklich tolle tolle angebote und ich muss auch sagen cosmetic for less ist eines der retailer wo ihr hier in deutschland brutal schon an die sachen rankommt das dauert so zwei bis drei wochen dann habt ihr die meisten sachen eigentlich schon und ich hoffe dass euch jetzt diese sachen gefallen und ganz ehrlich mein kanal ist bekannt für meine hauls also let's get started so ich habe für meine 1000 abonnenten verlosung die reloaded paletten gekauft und zwar habe ich die in doppelter ausführung weil ich gerne zwei gewinner haben möchte die drei paletten nach hause gesendet bekommen also auf jeden fall abonniert meinen kanal und schön fleißig liken kommentieren und so da freue ich mich wahnsinnig drüber und folgt mir auch sehr gerne auf meinem instagram account und zwar unter jenny what else youtube da würde ich mich sehr freuen wenn das auch ein bisschen anziehen würde weil ich bin leider sehr sehr lazy auf instagram ich bin einfach kein instagramer so gut ich weiß dass natürlich zu einem erfolg auf youtube auch verhelfen kann aber dafür funktioniert youtube irgendwie doch besser ich habe auf jeden fall die reloaded paletten gekauft und zwar habe ich einmal die neutral 3 das ist eine ganz tolle palette ich habe die anderen auch dann habe ich hier einen soft glam dupe und zwar in der velvet rose also so eine schöne palette die sind auch hammer geil präsentiert und dann habe ich noch ein ich sage immer norina dupe die visionary und ich habe diese natürlich auch für mich bestellt weil auf cosmetic for less gibt es oder gab es ne gibt es 30 prozent auf revolution london produkte nicht auf i heart land i heart make up oder so sondern nur auf revolution da lohnt sich das wirklich auch zb meine foundation zu testen zum beispiel ich habe heute meine kontur gezogen mit der fast base stick foundation und zwar in der farbe f 13 das ist so mein eigentlich meine stick stick foundation die ich auch gerne benutze ich benutze es nicht ganz so gerne übers ganze gesicht weil das einfach wahnsinnig fettig ist aber die war auf jeden fall richtig richtig cool dann habe ich mir von der revolution pro reihe noch mal paletten bestellt weil ich die eine ziemlich gut fand ich habe nämlich noch so eine ganz bunte da habe ich einmal die revolution pro regeneration trends mit chief makers ich drehe es jetzt mal um das ist praktisch so eine richtig coole palette palette da werde ich auch ein get ready with me mal machen da fand ich einige farben ziemlich heftig diese paletten kosten 9 euro ich fand die sehr 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 krass muss ich sagen ich habe aber für revolution pro jetzt keine 30 prozent bekommen weil das ist zwar revolution aber ist praktisch so eine art pro reihe sozusagen und das ist natürlich was ganz ganz anderes dann habe ich mir noch eine art huda beauty rose gold palette dupe gekauft und zwar die revelation das ist diese hier die pigmentierung ist auch sehr sehr gut wie gesagt ich zeige euch auf jeden fall ich kann euch schon wie immer gesagt ein paar swatches zeigen wunder wunderschöne palette für 9 euro echten joke leute ich bin wieder da so ich habe mein tuch runter geschmissen und muss sagen die sind wirklich wirklich toll und ich habe nach einer kühlen kühler kühleren palette gesucht weil ich irgendwie dachte da könnt ihr mal einsteigen und ich habe diese palette gefunden und fand die auch mega schön da sind halt wirklich zwar paar warme aber recht kühle töne noch dabei da bin ich auch sehr sehr gespannt darüber dann habe ich mir die revolution london kiso palette gekauft weil ich möchte sie gerne unterstützen ich finde zum beispiel kollaboration mit mit youtuber sehr sehr schön weil einfach okay ich finde jetzt gerade das revolution etwas zu viel gemacht hat da kam ja kiso imogen tummy carmy mua so die haben wir sowieso alle die palette aber ich wollte wie gesagt diese palette mal aus testen von den swatches her war die super vielversprechend also die highlighter sind auch mega mega schön also ich hoffe wie gesagt dass ich auch mal dazu kommen die auch alle durch zu testen weil ich habe hier ein kleines häufchen ein häufchen von paletten wo ich einfach sagen muss die gefallen mir unnormal gut und dann habe ich halt die emojination paletten gekauft ich mag sie als youtuberin eigentlich ganz gern ich finde sie manchmal nur etwas too much also das ist so ein bisschen ja nicht laura lee likes und einfach sie ist halt einfach sehr sehr viel sie ist auch teilweise glaube ich sehr aufgeregt wenn sie spricht so habe ich das gefühl aber ist eigentlich eine ganz ganz süße und die hat auch mega coole paletten raus und zwar ist es die homogenation highlight to the moon das ist eine eine palette mit einem mega spiegel leute und zwar habt ihr hier ich drehe es mal um habt ihr hier eine highlightung in kontur palette die praktisch all in one ist mit einem sehr macht immer spiegel unter mit einem cool tone halting einem bronzer ein paar setting powder und sehr 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 schöne highlighter die ich wirklich heftig fand ich habe das real release video dazu gesehen ich werde mal hier von diesen goldenen highlighter was im inner corner auftragen also können wir bitte darüber sprechen wie cool das aussieht auf jeden fall das sind halt so voll meine farben ich wusste auch dass sie benutze ich finde auch solche paletten echt geil ich stehe lately total auf diese weiß nicht gesichtspaletten ah dann habe ich hier noch eine noch mal eine palette die neutrals 3 palette und ich habe noch ein paar andere sachen wie zum beispiel concealer ich bin auch super gespannt wie die also wie gesagt die verpackung ist ganz cool die solide holographisch und diese verpackung ist auch so ein bisschen holographisch das ist die im augenation eyeshadow palette und ich finde die super gelungen ich mag zum beispiel auch das layout etwas besser wie bei der kiso palette weil die transition shades einfach sehr viel größer sind das sind einfach die paletten farben die am meisten braucht und dann habe ich aber noch so ein paar cool tone praktisch drinne und ich muss euch sagen mega mega schöne palette ich habe auch wie gesagt ein bisschen durch geswatcht und leute wie geil sind diese geilen farben bitte ich liebe make up revolution ich finde make up revolution nicht nur sehr günstig sondern auch qualitativ verdammt hochwertig ich weiß dass manchmal youtuber also ich glaube jolina mannen habe ich mal gesehen die hat mal so ein revolution die war nicht immer so ganz begeistert von allem das kommt aber echt darauf an auf was hier steht ich finde halt wenn paletten also da kosten hat wirklich ich habe für ich kann euch mal vorlesen für die paletten also die imogen palette zum beispiel die hätte gekostet 11 99 ich habe 30 prozent abgezogen bekommen das heißt sie lag unter 10 euro ich finde da kann man nicht meckern auf meinem auge seht ihr ja hier so ein glitzerrand und ich bin ein so krasser fan von diesen revolution all or nothing glitter pasten ich habe jetzt tatsächlich alle farben gekauft ihr müsst überlegen diese urban decay heavy metals eyeliner ja sind diese eyeliner die ich unfassbar unfassbar empfehlenswert finde ich finde die wunder wunderschön aber ich finde halt einfach also selbst ich als make up lover ich habe keinen einzigen davon weil es mir einfach viel viel zu teuer ist muss ich echt sagen und ich habe hier diese glitzerpaste entdeckt auf meinem auge gerade die farbe long to be desired und zwar ist das hier so eine glitzerpaste seht ihr das und die tragt ihr praktisch mit einem ganz schmalen all einer pinsel auf oder sonst was die ist schon die trockenen praktisch die sind gelig aber werden matt und das ist so ein geiles produkt ihr könnt es auf dem ganzen lied aufgeben ich habe jetzt noch die farbe all or nothing das ist praktisch so ein richtig geiles etwas dunkleres silber aber sehr viel feiner dann natürlich was in keine sammlung nicht gehört ist ein gold mega mega schöne einfach mega krasse paste und dann habe ich hier noch eine farbe die habe ich sogar doppelt weil die eine habe ich schon halb aufgebraucht das ist feels like fire seht ihr das es sieht jetzt ein bisschen wenig aus aber das ist so viel produkt leute also ihr könnt das in einem leben nicht aufbrauchen ich habe natürlich durch verschiedenste private looks und natürlich sehr viel glitzer auch auf meinem körper die könnt ihr im gesicht auf dem körper egal wo tragen und das ist überhaupt kein problem die runter zu bekommen ihr macht da ganz normal müsst ihr ölhaltige augen make up entferner benutzen und das funktioniert super super geil dann muss ich mal über ein produkt sprechen wo ich echt mega begeistert bin und zwar ist es die fast base concealer das ist praktisch so ein concealer der sieht übertrieben dreckig aus das muss ich leider echt gestehen das sieht wirklich furchtbar aus das ist ein concealer der mit so einem schwamm applikator kommt und leute ich habe so schöne augenunterregionen und zwar das ist ein sehr feuchtigkeitsspendender concealer auch wie die zum beispiel diese da die habe ich mir in einer anderen farbe gekauft ich habe mir jetzt zum beispiel auch etwas hellere concealer gekauft fürs highlighten weil an halloween zum beispiel einfach diese augen make ups also das ist ja so ein augen make up was ich wirklich tagtäglich trage wenn ihr zum beispiel auch ich habe auch ein augenbrauen video hoch also wird es wird ein tutorial geben beziehungsweise eine eine art experience video weil ich habe mir nämlich die augenbrauen stechen lassen ich habe ein permanent make up mit einem ombre style und pudertechnik gemacht bei meiner lieben freunde der leandra ich verlinke euch sehr sehr gerne ihren kosmetik schon da unten das video hierzu wird am montag online kommen da bin ich allerdings genau gleich geschminkt für heute werde ich drei videos drehen und auch praktisch von heute dem sonntag video unter montag das video werde ich praktisch immer mich im gleichen look sehen weil ich einfach jetzt an einem tag einen richtigen flash von videos abgedreht habe das ist mir manchmal ganz wichtig weil sonst ich einfach zu gar nichts kommen auf jeden fall habe ich diesen concealer jetzt zweimal getestet und ich bin so begeistert der lässt sich super auftragen ich habe halt allerdings nur ein bisschen konzern wie viel produkt da drin ist ich habe den jetzt in der farbe c5 gekauft und muss sagen ich habe super smoothe haut ich habe den wirklich unter die augen am kinn nase und so überall aufgetragen ich bin restlos begeistert davon und dann habe ich mir noch die normale revolution also ich liebe diesen dieser concealer ich habe nie ein tarte shape tape gebraucht oder sonst irgendwas weil ich einfach so hardcore davon begeistert bin wie wunderschön der auf der haut sitzt er ist feuchtigkeitsspendend er ist nicht zu trocken er hat eine unfassbare bedeckkraft ich habe davon locker zehn backups zu hause und habe mir natürlich bei der 30 prozent aktion von cosmetic for less noch andere farben gekauft und bin wahnsinnig begeistert cosmetic for less ist auch eines der meines mein lieb wirklich einer meiner liebsten online shops sie haben immer super angebote die seite ist so übersichtlich wirklich toll sie haben auch oft zum beispiel wimpern im angebot ich habe jetzt auch so eine kleine broschüre gekriegt wo von lenny lashes total coole styles so gezeigt wurden ich bin so begeistert davon und denke einfach dass ihr wenn ihr dort einkauft und ab und zu mal rabattakt so mitmacht wirklich mega gut ist ich meine 30 prozent of make up revolution ist dann praktisch sowas wie nimmt sie mit es ist geschenkt ich bin super begeistert von den produkten sind wirklich toll und vor allen dingen auch ich habe jetzt für eine glitzerpaste ich glaube 3 euro 50 bezahlt und ich muss euch sagen die heben euch so lange die ich finde auch die verpackungen von make up revolution einfach schaut euch mal an wie toll das aussieht ich kann euch auch mal zeigen ich habe auch jede farbe der glitzerpigmente ja und der pigmente von make up revolution die habe ich mir damals im cosmetic for less in hamburg persönlich gekauft und zwar sind das diese verpackungen die könnt ihr auch kaufen leute das sind die schönsten pigmente und das geilste glitzer was ihr kaufen könnt die kommen mit so einem streu aufsatz sozusagen da ist wie so ein salt and pepper streuer ich kann ich mache da mir immer ein bisschen glitzer in die kappe rein und dann funktioniert es eigentlich wunderbar und das war jetzt wie gesagt auch schon mein cosmetic for less haul wenn euch dieses video gefallen hat macht mir gerne einen däumchen nach oben ich bin gerade wieder total im flow ich habe auch meine erste woche arbeiten überstanden es hat so so gut geklappt und leute wenn euch wie gesagt solche permanent augenbrauen freuen dann freut euch wie gesagt auf das video am montag ihr werdet praktisch sogar den prozess mit angucken können ich habe einiges mitgevloggt und ich hoffe wie gesagt meine lieben dass ihr einen wunderschönen freitag habt wir sehen uns auf jeden fall bald bald wieder am sonntag und auf jeden fall habe ich euch wahnsinnig lieb gibt auf jeden fall eurer familie eine große umarmung von mir denn ich hoffe dass es euch immer gut gehen wird und dass ihr euch immer 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 an mich erinnert wenn ihr praktisch schlechte laune habt und wir sehen uns auf jeden fall im nächsten video wieder